Das tut ihn jetzt eben eher so ein bisschen verunsichert, ins Schwänzchen hängt. Und jetzt will er zur Kamera, geht ganz vorn, flicht hin. Naul, adoptiert. Schnuppert ganz vorsichtig. Das ist wirklich ein super Hund. Also, wenn man den nicht adoptiert, weiß ich auch nicht. Hält und gibt gern Küsschen. Ja, das ist jetzt maximal eben 30 Zentimeter. Ganz süß.